Hallo YouTube Welt! Herzlich Willkommen zu Myself Zockt. Heute Ziv5 in einer brandneuen Welt und zwar seit dem Steinzeitalter sind wir mit dem schottischen Imperium unterwegs und begeben uns jetzt weiter auf die Reise, wo wir das letzte Mal pausiert haben. Genau, in der nächsten Runde, wie immer. Ich nehme ja meistens zwei Folgen hintereinander auf, weil das ist mir am einfachsten, dann bin ich eben wieder ein wenig drin und weiss meistens in der folgenden Folge mehr, was ich eigentlich wirklich machen wollte, als in der ersten Folge noch. Ob das das mal so ist, sehen wir dann noch. Auf jeden Fall merke ich hier, shit der muss weg. Sonst habe ich den nicht mehr. Und da muss der zuerst weg. Oh, der geht nicht weg. Hallo, wieso nicht? Das ist schade. So, hast du jetzt so ein Training? Oder gibt es das echt nicht mehr? Zwei Spiriten, Wasser, Disziplin, Blitzkrieg, Amphibisch, Drill 3. Das gibt es tatsächlich nicht mehr. Also, die Wirkung des Kilimanjaro hat nachgelassen. Wahrscheinlich sind wir eben nicht mehr so mythisch getroffen, sondern sehr rationalistisch. Jetzt teile mal eine Runde. Ähm, du kommst hier vorne und schiessst. Du könntest auch hier vorne kommen und angreifen. Jetzt muss ich aber mit dir auch noch angreifen. Und mit dir, hallo, mit dir auch. Sonst bist du nicht weg. Okay, du musst eben doch wieder retour. Sonst gehst du mir drauf. Ich will nicht, dass du drauf gehst. Ähm, ich habe gesagt, auf Edinburgh. Und mit dir? Habe ich mit den Deutschen offene Grenzen? Dann kann ich doch hier durch. 3, 3. Ich bewege mich lieber auf dem Land. Fühle mich sicherer. Ach, schau jetzt. Was haben wir da? Einen englischen Freibäuter. Scheisse. Das werde ich nicht überleben. Also ich schon. Aber wahrscheinlich der, der auf dem Boot dort sitzt, nicht. Ähm, Bankproduktion wählen. Und ich sehe, ich kann ja dort etwas stehlen. Ich sehe, ich sehe, was Bank. Die kann ich dann immer noch machen. Schiesspulver, den ich noch 8 Runden nicht bräuchte, kann ich jetzt gratis haben. Vielen lieben Dank. Das nenne ich doch mal einen Fortschritt. Oh, jetzt habe ich gelesen, dass es gestanden ist. Steht jetzt nicht. Ähm. Schauen wir mal, was ist eigentlich da? Waffenkamera bis schon mal machen. Ui. Okay. Da geht's nicht mehr lang. Nächste Runde hast du einen Händler. Da geht's nicht mehr lang. Und da geht's auch nicht mehr lang. Hm, nicht gut. Wie sieht's denn in Bern aus? Äh, ist schon ein bisschen besser. Aber er ist da wirklich so recht auf Kultur aus. Der hat eine gute und grosse Stadt. Sag mal, wie produzierst du? Ui, 70. Wow. Okay, im Standardfokus. Wie viel macht denn eigentlich Swimbra? 50. Die Stadt muss mal wachsen. Aha. Ja, kein Sonder, wenn ich da ständig auf Produktionsfokus bin. Die Stadt muss wachsen. Da müssen wir jetzt, die muss ich jetzt pushen, da. Halli, hallo. Wir warten schon viel zu lange drauf. Und ich sehe gerade, ich habe so viel Stutze. Ich könnte eigentlich meine Armee zusammen kaufen. Jetzt ist er verschwunden. Ist er bis zu einer gekommen? Ja, ist er. 1, 2. Ja, ja, das ist er. Ähm, die muss ich leider wegschiessen, dass ich dich da wegkicken kann. Wie lange geht's noch da? 6 Runden. Okay, du kommst mal eins da hoch, finde ich okay. Äh, du kannst 1 Pfeil machen. Du heilst, du heilst. Du könntest mal 2 Führungen schauen. Äh, dann gehen wir lieber hier hoch. Okay, wir haben es gesehen. Dann kommst du hierher, kommst du heilen. Dann kommst du in die Stadt. Und, warte, äh, Zeich, ich wollte hier jetzt... Äh, das hat nicht gelangt. Was kann ich hier machen? Äh, Flotte reparieren. Okay. Nein, wir gehen hier auf Edinburgh. Oh, du hättest einen nicht belebt. Jetzt machen wir gerade so Vorteile und... ... und flitzen davon. Wobei, er kann eh weiterfahren als ich, weil er ist der Engländer und hat irgendwie so den Turbo... ... Megabooster unter dem Ruder. Also, was machen wir in Aeroglow? Ähm... Waffenkammer. Oh, oh, oh. Ja, das ist okay. Da haben wir etwas gesehen. Aber auch nicht viel mehr. Wir gehen dich in die nächste Runde. Ah, du willst nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Mach doch jetzt mal die Mine hier fertig. Was ist denn los? Nur wegen diesen Barbaren dort. Lass dich doch einschüchtern. Ja, komm jetzt. Hey, hopp, hopp. Das hat sich seit, äh... ... klassischer, antiken Zeit, äh... ... seit Ägypter nicht geändert. Es gibt immer irgendwelche Leute, die Steine pickeln. Damit wir sich aufeinander legen. Ja, du hast hier noch nichts gemacht. Mach doch hier noch eine Handelspaste. Du hast... ... langsam immer wie mehr. Da kann ich doch auch schon den Blitzkrieg machen. Oder nicht? Nein. Aber komm, mach 3-3. Das ist super. Ich gehe hier rüber. Und... ... nach Hause. Der Treibug bleibt. Der... ...bleibt. Ich frage mich gerade, ob ich nicht wieder soll... ... oder ob ich einen Angriff über Liverpool wogen soll. Ja, bis hierher... Ich kann ja mal bis hierher kommen. Und dann hier mal schiessen. Karavelle... Es reicht eben nicht für dich. Du bleibst lieber mal hier. Und du bleibst auch mal dort. Und du gehst hier mal ein bisschen runter schauen. Oder besser gesagt hier rüber schauen, was läuft. Ähm... Mit dir komme ich nicht weiter ausser du... ... bringt eben nicht viel... Aber die kann zweimal angreifen, oder? Aha. Bring dich doch zuerst in Stellung. Ich kann nicht zweimal angreifen. Scheisse. Scheisse, Scheisse, Scheisse. Das ist manchmal blöd, wenn es wirklich nicht reicht. Habe ich gesagt, dass hier die Stallungen lohnen würden? Ja... Nicht... ... unbedingt, aber ich mache sie mal. Dass wir gerade in die nächste Ruhe... Oh, hallo? Aha. Ähm... Hört mich doch hier durch. Gehe ich halt gleich ins Wasser. Obwohl ich es ja eigentlich nicht wollte. Wieso geht es jetzt hier gleich? Aha. Ich habe ja hier den Produktionsfokus drin gehabt. Richtig. Hier müssen wir das College machen. Freigate, freigate, freigate. Jawohl. Das ist gut. Jetzt... Ich muss es da so... ... rüber... ... und dann... ... also da irgendwie... Ich gehe jetzt davon aus... ... dass du... ... mal da hoch gehst. Ja. ... und... ... und... ... und... ... bevor du da... ... einen Scheiss machst... ... machst du den AC erst noch fertig. Ähm... ... ich habe nichts gemacht. Gut. Ist er eigentlich jetzt... ... versoffen? Noch nicht. Kann ich mit dir noch schiessen? Gut. Schiessen wir. Ähm... Mit dir komme ich bis hierher. Das mache ich mal. Mit dir... ... komme ich bis hierher. Das mache ich auch mal. Gut. Ja, du... ... du tust einfach mal... ... den Nebel ein wenig auflösen. Ah, aber einer hat... ... ein Observatorium. Sehr gut. Machen wir eine Fabrik. Ui, die kostet... ... 3 St. Unterhalt. Mega. Ja, aber ich mache aus... ... ob eine... ... eine mega, mega Industriestadt... ... wie ein Swimmingbrot auch... ... einfach... ... dass ich da... ... jetzt glaube ich sogar auf den Narinsfokus setze... ... weil ich will, dass die Stadt wächst. Plus 18... Ja komm, du sollst jetzt schnell auf 15, 16 hochkommen... ... und dann... ... schauen wir weiter. ... ... wenn ich diese 3 Regatten habe... ... habe ich ein paar Schiffe... ... wo ich da... ... schon etwas reissen könnte... ... müsste aber... ... ein Pikonier da rauf nehmen... ... weil da hat er eben... ... ganz bestimmt... ... auch noch... ... einen Langbogenschützen. ... äh... ... Kisil 11... ... machen wir gerade... ... du baust... ... ach, das ist nicht mein Feld... ... ok... ... wir kaufen in Eberlin etwas... ... und zwar... ... ganz schnell... ... Fisch... ... das bin ich nicht am bewirtschaften... ... oder besser gesagt... ... ich brauche hier ein Arbeitsboot... ... und theoretisch... ... könnte ich ja gerade mal einen Frachter kaufen... ... zum... ... nachher... ... ein... ... Seehafen geht... ... oh... ... lang... ... machen wir einen Leuchtturm... ... ja... ... machen wir einen Leuchtturm... ... gleich... ... ähm... ... wo bist du? ... ah, eben dort... ... äh... ... kommt es darauf an... ... wie viel... ... als das... ... kostet... ... aber die 60 investieren wir... ... wir haben ja Geld... ... können wir ja Geld ausgeben... ... sonst hocken wir nur drauf... ... und wissen nicht was damit machen... ... gut... ... äh... ... kommt hier irgendein Brenner... ... ah ja, du... ... dann machen wir doch hier etwas... ... Tribuck, der ist gut... ... Fragate... ... sind da jetzt alle geheilt eigentlich... ... komm mal da raus... ... und fahr... ... und du bist Vollpower... ... Vollpower... ... okay... ... dann kannst du ja mal heilen... ... und du auch... ... und mit dir... ... mach mal mal... ... ja... ... 1... ... 2... ... 3... ... und da oben hat er auch einen... ... okay... ... dann gehst du mal zu dem... ... und du gehst da... ... äh... ... ah... ... da ein wenig hoch... ... genau... ... und du... ... bewegst dich richtig... ... und du hättest auch noch Krieger... ... kann ich ja nicht ernst nehmen... ... so etwas... ... gehen wir nochmal hoch... ... ähm... ... mit dir auch... ... über... ... über... ... über... ... ja... ... wieder zurück... ... ähm... ... du bleibst... ... und wir setzen Abgeordnete ein... ... und zwar... ... Weltausstellung... ... weisst wo... ... da... ... da... ... das goldige Zeitalter ist vorbei... ... ich mache aber immer noch 10 plus... ... das heisst es läuft... ... es läuft sogar gut... ... okay... ... jetzt 1 Schiff... ... ja... ... 1... ... 2... ... 3... ... mit dem kommen wir 4... ... äh... ... beide sind... ... gescheitert... ... ja... ... Pech... ... ähm... ... du kommst hier hoch... ... tust hier noch ein paar Netzchen streuen... ... dann den Frachter... ... oh... ... 9... ... 10... ... für Sao Paulo... ... also gut... ... machen wir... ... dann du... ... ja... ... mach mal... ... geh mal da hin... ... das ist gut... ... äh... ... da machen wir das Zeltlager... ... äh... ... das Jagdlager... ... der Tribok bleibt... ... die Fregate kommt da hoch... ... und... ... äh... 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 ... wir greifen an... ... äh... ... äh... ... ich hätte eh noch eine Selle dabei haben... ... ähm... ... ähm... ... mit dem kann ich nur... ... äh... ... so angreifen... ... das bringt fast nichts... ... äh... ... äh... ... wir setzen dich... ... ui... ... also aufklären ein... ... ja... ... dann kommen wir hier... ... so noch... ... weiter geht's ja nicht... ... und wir produzieren... ... im Wedding Ball... ... jetzt wäre es eben gut... ... eine Bank... ... aber eine Waffenkamera tut so... ... und wir machen wieder einen Vorschlag... ... und machen wir die Weltausstellung... ... hm... ... gut... ... Einheit benötigt... ... Befehle... ... da... ... ok... ... äh... ... äh... ... äh... ... du bleibst... ... du bleibst... ... du bleibst... ... du bleibst... ... nächste Runde... ... aha... ... haben wir ja nicht... ... Minen bauen... ... da... ... doch... ... haben wir... ... sind wir am Paiseln... ... oder was... ... es sind die gleichen... ... oder... ... es sind die gleichen... ... wie vorher... ... in der ägyptischen Sklaverei... ... oh... ... ui... ... ui... ... das Schiff... ... ist fast weg... ... 5 Eisen... ... ne... ... ich mach dir noch einen anderen... ... Vorschlag... ... gib mir... ... zu treffen... ... gut... ... ok... ... also... ... jetzt... ... ja... ... gehen wir mal... ... auf den Hager... ... dann... ... kann ich mit dir... ... eine machen... ... aber... ... ich kann... ... mit... ... der... ... mal da... ... rauf... ... und... ... dann... ... dann... ... gehe ich... ... mit... ... dir... ... ... äh... ... ... äh... ... meine... ... die... ... werde ich... ... fertig machen... ... aber die... ... will ich... ... die Stadt... ... in... ... dann... ... komm... ... hier... ... in... ... auf jeden Fall... ... du... ... könntest... ... eigentlich... ... hier... ... und... ... hier... ... 200... ... einholen... ... und wieder... ... durchgehen... ... und du könntest... ... hier mal... ... einen Kreis... ... machen... ... ähm... ... du... ... schiess... ... du... ... schiess... ... du... ... du... ... schiess... ... kommst... ... hier... ... schiess... ... du... ... da geht... ... fast... ... nichts... ... her... ... du... ... du... ... ich glaube... ... sofort... ... heile... ... dass du... ... nochmal... ... schiessen... ... ja... ... und... Du schiessest, du greifst an, du gehst hier vorne und du kommst. Komm endlich! Ok, Produktion wählen, Gibbons Isle sollte auch mal etwas richtiges Entwicklung machen. Hier kaufen wir auf jeden Fall noch das Fischerboot. Oh, 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 falsch, so, Kauf. Fischerboot, Fischerboot, Arbeitsboot, so. Produktion, Edinburgh, Macht. Äh, Kasernen müsste ich zuerst noch machen, bevor ich irgendeine Einheit bauen würde. Aber ich probiere es einmal mit einem Akonspeicher. Ähm, du bleibst denn das? Interessiert nicht, interessiert nicht, interessiert nicht. Und welche Stadt? Dundee und Edinburgh. Sehr schön. Gut, der Trüffel hat sich doch gelohnt. Wieso bist du da immer noch? Hey, mach doch einfach. Du bist ein wenig Spezial, denkst du an, die muss mir immer wieder Patschen geben. Hä? Ist nichts mit Automismus. Oh, und ich glaube, da ist ein Schiff verschwunden. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ein grosser Schriftsteller. Und ich kann eine Politik einführen. Das freut. Hier machen wir auch das Jagdlager. Äh, das Arbeitsboot kommt hier auch hin. Jawohl. Weil Perlen habe ich glaube ich noch keine. Jawohl. Und plus 70 Zufriedenheit. So gut bin ich also schon lange nicht mehr gewesen. Was, äh, Zufriedenheit anbelangt. Gut, ähm, die kann ich ja nicht brauchen. Jetzt warten wir zuerst noch, weil ich, ähm, will noch die Politik einführen. Bevor ich in AeroGlow, ich glaube mal noch eine Fabrik machen will. Bis ich Thailänder am Fliessplan produzieren muss ich eine produktionsfähige Stadt haben. Und es geht noch eine Zeit, bis ich Thailänder habe. Also, Langschwertkämpfer. Die Frage ist, ob sich das lohnt, weil ich weiss nicht, ob du überleben wirst. Du kommst aber noch mal dahin. Und du bleibst, du schiessest, du schiessest, du schiessest, du schiessest, du. Du schiessest, du schiessest, du schiessest, du schiessest. Ja, ich glaube aber schon, dass ich gerade annektieren weiss mit diesem kleinen Kriegstreiber mal aus. Und ich habe die Politik trotzdem nicht zuerst gemacht, hahaha. Ähm, schneller von Universitäten. Also ich muss das hier machen. Humanismus. Wir bleiben wegen uns sehr human von David Hume. Ist auch, glaube ich, von Animproxy, wenn es mich nicht täuscht. Muss ich mal nachschauen. Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben. Dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten. Zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hätte. Damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht geliebt hatte. Sehr schön. Ach, ich liebe diese Poesie. Ähm, jetzt muss aber das Schiff noch weg, weil sonst nimmst du mich gleich wieder ein, glaube. Ich glaube, das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein. Ähm, ich schicke, glaube ich, noch einen Pikenier hinten an. Wir weiss ja nie, vielleicht, 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 vielleicht werde ich ihn brauchen. Gut, da machen wir jetzt auch mal das Aquädukt produzieren in Liverpool. Cool, ähm, es kriegt das Gebäude. Wie lange? Zwei Runden, oder? Ja, ja, das geht easy. Der ist weg, 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 weg. Aha, bin ich jetzt mit irgendjemandem verbündet und ich habe es nicht gelesen oder habe ich Krieg, oder? Äh, egal, nächste Runde. Nicht, du willst nicht in die nächste Runde. Du bist wieder gleich. Hey, du gehst mir im Fall jetzt so auf den Sack. Ich beend gerade die Folge. In dem Sinn, danke. Ich bin mich selber. Du bist, was du bist. Und einp�цен am beau war und natürlich. Großartikel!